Ja, cool, ich hab ne Rübe, ich schmeiß mal ne Rübe. Oh! Hä? Was war das? Oh, wo bist du? Storm! Komm her! Gottes Willen! Jag mir doch nicht so einen Schreck ein, Junge. Schnell! Du Sau! Oh nein, er hat's kaputt gemacht. Er ist tot, er ist tot! Echt? Hol ihn! Hast du ihn? Nimm ihn mit! Wie krieg ich ihn mit? Mit dem Haken! Nee, geht nicht! Schade. Gefass, aber das ist zu weit weg. Jo, schade. Aber wir können ja bedenkenlos schwimmen, ne? Gerade. Wo mal Tanja? Mach ich mir dann den Stress mit dem Wurf an. Das ist krass Was ein Ding, Junge So, ich guck mal jetzt auch mal Im Imata, was ich hier bauen kann Ich hab nämlich so einiges eingesammelt Ich muss mir auf jeden Fall Einen neuen Speer bauen Ja, meiner tut's noch eine Weile Ja, meiner geht gleich alle Oh, ein Fass, ein Fass, ein Fass Kann ich mir jetzt nicht, ich brauch noch Ah, ich brauch noch ein bisschen mehr Planken Seil, Planken brauch ich auch, ja, Planken sind echt Die sind aber halt Oh, da kommen voll viele Fässer, Storm Alter, wo? Ja Alte Schwede, krass Planken nehmen wir auch noch mit Yay Oh, jetzt läuft wieder Musik Oh, die Fässer bleiben sogar in den Fangnetzen hängen Guck mal Ja, ja Es bleibt alles drin hängen Oh, das ist cool Dann gleich noch ein Sammelnetz Gemacht So Cool Cool Oh, ist das hier ein Forschungsbuch? Kann man hier lesen? Können wir jetzt hier einen auf Hex, Hex, Harry Potter machen? Haha Oh, wenn wir genug Sammelnetze haben, dann Das ist gar nicht schlecht, die Taktik, ne? Ja Die ist mega Deswegen sag ich ja, erstmal schön Vollstopfen mit Mit Nahrung und Wasser Dass wir erstmal ein bisschen Ausgesorgt haben Und dann schön Ressourcen sammeln Ich komme mit dem Fanghaken mittlerweile auch besser klar Und wenn das Wie gesagt, wenn das Floß größer ist Dann ist es auch entspannter irgendwie Weil du dich ein bisschen besser bewegen kannst, ne? Ja, man ist halt ja nicht mehr so eingeschränkt, ne? Man ist halt dann Man hat ja, man hüpft sich nicht mehr gegenseitig auf die Füße Oh, nie so eine Kiste Oh, gleich wieder Doppel drauflegen Ich muss mal was trinken Hab ich da jetzt Ich wüsste Ja, was du trinken hast, drinnen Ich hatte ja nachgefüllt Ah, vielleicht bauen wir jetzt auch mal einen zweiten Da Tischdinger, ne? Ja Das hab ich ja auch vor Deswegen sammle ich jetzt erstmal hier Plastik und Holz Ah, mal kümmerst du dich da drum Mhm Okay Kümmer du dich mal ein bisschen um die Nahrung Ja, Nahrung sind wir ja momentan gerade ganz gut Ganz gut im Load Die Fangnetze, die sind ja echt mega geil Ja So im Vorbeilaufen nimmst du dann einfach mal ein paar Dinger mit, ne? Wo du dir mit dem Haken normalerweise eine Stunde einen abangeln würdest Guck ich mal Äh Planken, Planken Fünf von acht Filmen wir noch ein bisschen was Wo war denn das? Laterne Zack, zack Laterne 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 Laternen sind eigentlich auch nicht schlecht für die Nacht, ne? Ja, so für die Nacht Oder wir bauen mal Betten einfach Da würden wir uns nachts auch hinlegen können Oder so, ja Können wir auch mal machen Wolltest du jetzt gerade den Haikopf grillen? Oh, der Haikopf greift wieder irgendwo an Komm, den töten wir Hinfort Sharky Jetzt haben wir das schon ein bisschen besser unter Kontrolle, ne? Das Imperium wächst Das ist am Imperium, der, der, der Whatever Oh, ich muss was essen Danke für die Planke, mein Lieber Oh, da müssen wir wieder anfeuern Hast du schon was getrunken? Ich bin trinkmäßig relativ im Lot gerade Okay, dann trinke ich jetzt mal ein bisschen was Dann fülle ich auch gleich wieder nach So Jetzt sollte ich mal gucken Hä, ist ein Tisch Ein Tisch Oh, eine Möwe Ich höre eine Möwe Oh, geh weg Die wollte unsere Kartoffeln kaputt machen Äh, ein Kalender Was ist das denn hier? Nasse Boah, so eine Möwe kann man eigentlich auch killen, ne? Die Idee kam ich jetzt gar nicht Ich hab die nur verscheucht Die Möwe kannst du auch killen, ja Ein Fass Geil Sammeln jetzt Die Kartoffel ist fertig Gleich wieder drauf Ich hab auch hier eine mechanische Schrottente im Inventar Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll So Ich hab noch ein Sammelnetz Wo soll ich das denn platzieren? So, ich hab einen zweiten hingebaut Ah, cool Ohne Trinkwasser, so ein zweiter, wäre auch nicht schlecht Ja So Wir werden ja auch hier richtig Robins und Kuh So, Leute Hier ist das Zimmer Oh, hier ist ein Fass Guck mal So langsam nimmt das Gestalt an hier Da ist eine Insel Wenn wir nah genug drankommen Dann werfe ich den Anker Alles klar Oh, wir schwimmen sogar genau drauf zu Ist gut Oh, und die Fässer, die können wir aber nebenher auch mitnehmen hier Ja Ich bin schon So, pass auf Ich baue hier den Anker hin Der wirft sich ja dann wohl nur nicht gleich direkt Ab, oder? Pick up So Mal gucken, was ich jetzt hier Äh Ah Fünf Okay, da brauche ich noch Zack, ich hab den Anker geworfen Hast du noch eine, hast du noch eine Planke da? Ich hab den Anker geworfen Ich bin noch mal auf der Insel Okay Oh, wie komm ich da hoch? Oh, da komm ich gar nicht hoch Pass bloß auf Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Oh, das ist jetzt blöd Warum komm man da nicht hoch? Äh, du musst runterschwimmen, ne? Jaja Aber Ich komm da auf den kleinen Vorsprung hier, aber Ich komm da nicht weiter hoch Ich guck mal, ob's da drumrum irgendwas gibt Oh, was ist da? Liegt da was? Was ist das? Was ist das? Herstellen Oh, muss ich da den Haken nehmen? Oder was? Eins, zwei Oh, ich hab da so einen Auspuff oder sowas im Wasser liegt da rum Aber ich krieg den nicht ab Echt nicht? Mhm So, ich hab den zweiten Ah Oh, da kann man Oh Da kann man wie bei Minecraft So Dinge abmachen Ich hab Lehm und so Zeug Cool Wow Aber wo ist unser Floß? Ja, das ist immer noch hier Okay Oh, eine Feder liegt da, glaub ich, oder? Was ist das? Palmblatt Oh, das ist cool Dass man da unter Wasser Da gibt's dann so Lehmvorkommen und so Zeug Das kannst du dann abklopfen Ich glaub, der Hai hat mich Und ich seh nicht, wo ich bin Komm hoch Oh ja, da ist das los Oh, im Dunkeln ist das unter Wasser echt schlecht, ne? So, ich grimmel jetzt erstmal meinen Haikopf hier Wir können ja mal eine Weile hier ankern, ne? Das ist ja Ja, ja Ganz gechillt eigentlich Ich muss was trinken Ach, die kriegt er gar nicht rauf, oder wie, oder was? Ach Ich glaub, den können wir gar nicht grillen Das ist ein Trophäenkopf Ach so Ja So, ich guck mal nach dem Essen Guck mal Kartoffel, Kartoffel Haben wir noch Planken drauf gleich Äh Da können wir ernten Na, Sharky, was willst du? Ich will dann gießen, darum haben wir wieder Süßwasser Sharky will unser Boot kaputt machen, guck Tu doch was Ja, ich bin doch schon da Blöde Song Warte mal wieder Haifleisch, wenn's so weitergeht Ist doch gut Haifleisch ist immer gut Das ist gut für mich Oh je So Blumen gießen Wieder Wasser auffüllen So, natürlich Bleibt dann kaum was in den Netzen hängen, wenn man hier an kann Aber das ist ja eigentlich egal Ich will da nochmal Äh, aber dazu muss ich erst was essen Du ess mal Ich will da nochmal Das dann hier Unter Wasser gehen Ich hab da nämlich Sand und so Bekommen Und das können wir bestimmt Moment, wenn ich da an den Forschungstisch gehe An den Forschungstisch Und den Sand hier rein mache Ne, der hat nichts zu Okay, schade Äh, mir ist gerade was Eingefallen Ja Und zwar Hab ich das jetzt gerade gesehen Mensch, bin ich doch blöde Ich hab's doch irgendwo gerade hier gesehen Ach da Ne Vogelscheuche müssen wir uns bauen Dann klaut uns die Wölfe nicht mehr das Fressen weg Ah, und ich könnte ein Ziegel machen Wenn ich nochmal Sand habe Dafür brauche ich drei Nägel Fünf Bretter Und Blatt und Kunststoff habe ich genug Okay Hast du vielleicht noch Bretter am Start und Nägel? Oh, nicht wirklich Gut, Schrott hätte ich Da könntest du ja Nägel draus machen Ja Warte mal Ich komme nochmal zu dir Ich schmeiß dir den Schrott mal daher So Alles klar 15 Schrott Schrott So, was war denn das hier? So, Nägel Herstellen Alles klar 20 Nägel habe ich jetzt So Reicht das für eine Vogelscheu hier? Reicht Logge Jetzt brauche ich nur noch fünf Bretter Fünf Bretter muss ich mir noch besorgen Fünf Bretter So, Luft holen Oh, da ist noch mehr da unten Oh, ich bin so richtig am Farmen hier gerade Aber echt schade, dass wir nicht auf die Insel drauf kommen Das ärgert mich ein bisschen Wo farmst du denn? Unter Wasser oder was? Mhm Da kann ich so wie bei Minecraft klopfen Achso Aber jetzt nimmer, warum nicht? Luft holen Und nochmal runter Ein Brett, ein Stein Na toll Ach, ich habe keinen Haken mehr, deswegen Ich muss mir einen Haken machen Ich muss nochmal zurück Na, schau, geht was los? Ich habe keinen Ich kann kein Holzmaterial hier farmen Warum nicht? Weil hier nichts lang schwimmt Oh, ich muss mir einen Haken machen Ich habe keinen Keinen Plastikhaken mehr Zack Und dann gehe ich nochmal farmen Rund um die Insel Weil da gibt es viele Dinge, die wir so auf dem Meer gar nicht Aber da schwimmt Sharky Aber ich riskiere es trotzdem Was ist das hier? So Stein Achso, kommt man auch als Stein dran Das ist gut, da können wir uns den nächsten Anker auch noch bauen Das Klöchen Und Lehm Und die Augen immer offen halten Aber sonst komme ich da nirgends auf die Insel drauf Das ist echt ärgerlich Dass wir jetzt den Anker geworfen haben An der Insel, wo wir gar nicht Da hoch würde ich gerne kommen, weißt du? Da sind Blumen und so ein Scheiß Da oben, ne? Diese Pflanzen Aber da kommst du doch mit dem Ding nicht hoch Ne, ich habe es jetzt mal probiert Weißt du, wie das eben gerade aussah? Ne? Wie tat es und ich gewollt nicht gekonnte Oh, da ist voll viel Zeug zum Farmen Aber mein Sauerstoff geht so schnell weg Ist das schon wieder unter Wasser, oder wie? Mhm Okay Oh, ich muss schnell hoch Schnell, schnell So, wieder runter Oh, mein Mein Magen knurrt Ja, hier ist eine Rübe auf dem Dings Ich muss was essen Oh nein, direkt unterm Floß Ist halt unkleber, ne? Ich glaube, wir müssen Äh Äh Wo bist du denn? Oh, wenn es wenigstens hell wäre Das ist im Dunkeln, ist echt kacke Hast du wenigstens Planken einsammeln können? Ne, ich bin jetzt ja am andere Dinge farmen gerade Weil sonst kann ich hier nämlich nichts weiterbauen Ach, solange wir Aber da schwimmt doch auch ein bisschen was vorbei immer wieder, oder? Ne, gar nicht Das ist das Problem Solange wir hier Der Hai, der Hai Ich höre ihn Wo ist er? Hier ist er Oh, scheiße, mein Spiel ist kaputt Oh nein Oh, der hat alles kaputt gebissen Diese Drecksau Oh, ich habe nichts zu essen Äh Ah, die Rüben kann man auch roh essen, ne? Die Rüben kannst du auch roh essen Aber die sind da nicht so nahhaft Ja, das ist egal Bevor ich Bevor ich sterbe Und trinken muss ich ganz dringend Weil trinken ist ja aufgefüllt Ich esse mal die ganzen Rüben Oh, es wird hell, das ist gut Dann will ich nochmal kurz unter Wasser farmen Ne, ist nicht aufgefüllt Du hast keine Planken drunter geschmissen Doch, hatte ich doch vorhin Oh nein Hier, 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 hier ist hier Hier ist was zu trinken drinnen Wo? Na hier Ach, da drüben Ich habe noch einen zweiten hingebauten Ach, wir haben jetzt ja einen zweiten Ja, natürlich Deswegen brauche ich ja Planken Dass man sich weiter bauen kann So, ich gehe nochmal kurz unter Wasser Ah ja Bis gleich, hoffentlich Sharky kommt, Sharky kommt Ja, ich habe ihn gespürt Oh, der Sharky, der nervt Was ist denn hier so schönes? Da, wenn du so unter Wasser gehst Und dann sind da so helle Punkte Und da kannst du quasi Wie bei Minecraft Kannst du die so wegkloppen Da hast du zum Beispiel Einen Stein habe ich hier Und Schrott gibt es da jede Menge Was kann man das dann wegkloppen? Achso Mit dem Plastikhaken Lehm? Mhm Oh Was? Sharky Oh Gibt es da weiter unten noch mehr Schätze? Ich glaube, vorher erstickt man, gell? Ja Ist auch fast Die wir nicht so weit runter Conrad, wir brauchen unbedingt Jetzt planken, ne? Sonst können wir Mich nichts mehr Kochen und brutzeln Okay Dann, äh Hissen wir mal Den Anker, ne? Ja Ich mach den mal weg Zack Dann geht die Reise weiter Dann geht die Reise weiter Und ich guck aber gleich Ob ich nochmal Einen Anker bauen kann Direkt Lebt wo Der Anker Ist so wahr der Ding Schön war die Zeit mit dir Wurf Anker Ach, da brauche ich auch Planken Gut, Seile ist jetzt nicht das Problem Jetzt kommt die hier gar nicht weg Äh Das ist natürlich scheiße Weil die Strömung Richtung Insel läuft Ändert sich die Strömung auch irgendwann nochmal Oder bleibt das so? Ja, keine Ahnung Das ist jetzt natürlich Huch Hm Oh, guck mal da oben Die Bäume Ich würde da so gern drankommen Ja, 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 ja Was machst du denn da? Das sieht aus, als ob du dich da am Felsen reibst Ja, ich will da hoch Er reibt sich aber Äh Äh Wie bist du da hochgekommen? Ich bin da oben Oh, was ist das? Eine Mango Aber ich kann den nicht Ich müsste den fällen wahrscheinlich Ja, dafür brauchst du eine Axt Oh, Wassermelonenstorm Oh, und mein Inventar ist voll Ja, musst du was in der Truhe packen Oh nein Oh ja Was opfer ich denn? Oh, ich hab sogar Wassermelonen-Samen Dafür brauch ich eine mittelgroße Anbaufläche Können wir dann auch bauen bei Gelegenheit Ja Aber die Mangos hätte ich halt auch noch gern hier Warte mal, kann ich dir Wenn ich dir das runterschmeiße Landet das auf dem Floß Wenn ich das hier runterwerfe Ja Oh geil Dann werfe ich dir mal Ich mach mir mal Platz im Inventar Das ist Kunststoff Alter, was hast du hier alles? Oh, vieles Du wirst überrascht sein Was ist das denn? Menschliches Küken? Keine Ahnung Ich glaub, das hab ich geangelt Schrottente Alter Ich glaub, die hab ich geangelt Die ganzen Blumen hier Aber wieso kann ich die Mango hier nicht Boah, warte mal Was brauch ich denn für eine Axt? Boah, wenn ich acht Planken hätte Könnte ich mir eine Eine Axt machen Ja Wir brauchen auch eine Planke Verdammt Wir brauchen Guck mal Dafür hätten wir jetzt einen Ruder gebraucht Damit wir hier wegkommen Stimmt Aber Komme ich da noch weiter hoch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Außerdem muss ich was trinken Dann mach das mal Äh, warte auf mich Du schwimmst gerade weg, oder? Kann das sein? Ja, jetzt ist die Strömung anders Okay, gut Ich muss was trinken Na Gott sei Dank Jetzt können wir hier Planken wieder farmen Ja, brauchen wir auch trinkend Aber richtig Sonst haben wir auch gleich kein Trinkwasser mehr, ne? Ja Ich höre den Hai Hier, ich habe kein Schmier Oh Du musst es machen Oh nein Er war schneller Warte auf mich Oh, was essen Müsste ich auch mal wieder Der ist ja richtig fies So Stimmt mal vor Jetzt würde man so ein Sharky angeln können Jo Die Kartoffeln Da brauche ich auch wieder Wasser So eine mittlere Anbaufläche Wäre ja auch was Feines Wo waren denn die hier? Oh, Planken Klar, Planken fehlen Wir brauchen Planken Das brauchen wir in der Tat Die Strömung ist momentan echt viel Arsch Oh, warum Ist das Fass an mir vorbei? So, drei Ah, ich kann immer noch Jetzt habe ich Kein, kein Dings machen Also Planken sind echt das Wichtigste eigentlich, ne? Ja Das ist wie gesagt Wenn wir die nicht haben Dann Dann brauchen wir auch nicht ankern Brauchen wir auch nicht ankern, ja So So Aber was ich bauen wollte Da fehlt mir immer noch zwei Planken Ein Fass Ach komm schon, Fass Hast du? Jo, aber keine Planke drin Aber fünf Palmblätter, weißt du? Das ist so furchtbar Das ist so furchtbar, ne? Planken, die ziehen hier momentan auch echt Das ist an uns vorbei, ne? Jo, mein Haken, der hängt wieder irgendwo Wo er nicht soll Da ist wieder ein Fass Komm mal da dran Ich glaube schon Komm, Fass Komm zu mir Komm, meine Planke Komm Oh, eine Planke war im Fass Ach, so ein Ziegel wollte ich auch mal ausprobieren Ich habe jetzt ja Lehm So Im Gepäck Ich will ja kein Spielverderber sein, ne? Ja Aber ich muss langsam Meine Aufnahme und so Oh, okay, okay Dann warte Ich baue nur noch schnell, was ich bauen wollte Das geht fix Das ist mir nämlich wichtig So So, pass mal auf Das stelle ich dann noch schnell ab So, und dann So So, das ist nämlich wichtig Wow, der ist krass Der ist echt krass Da habe ich nämlich was Gutes gepflanzt für uns gerade Ja Das stimmt Wassermelonen So, okay Dann beenden wir mal Die Schose Aus Ermangelung an Speicherplatz Ja Ich habe noch die ganzen anderen Scheißprojekte drauf Ja Ja Und dann sagen wir mal Bis zum nächsten Mal hier auf unserem Flüsschen Ja Mit euer lieblendem Konrad und meine Wenigkeit Dem Sturm Tschüssi Tschüssi